Ein neuer Star am Musikhimmel. Lindsay Sterling wurde als Hip-Hop-Geigerin durch ihren YouTube-Channel weltberühmt. Bei ihren Auftritten birbelt die 27-Jährige über die Bühne. Zuletzt räumte sie bei der Echo-Verleihung ab. Sie gewann die Trophäe in der Kategorie Crossover National International. Ich bin eine Künstlerin, die sich in keine Schublade stecken lässt. Und nun habe ich hier in Deutschland diesen Preis gewonnen. Das bedeutet mir so viel. Es zeigt meinen Fans und auch anderen Menschen, dass man nicht in eine Schublade passen muss. Man kann dennoch so viel erreichen. Die Amerikanerin fühlt sich auch von unserem deutschen Star-Geiger David Garrett inspiriert. Er ist ein Virtuose, aber seine Musik ist auch kreativ. Das hat mich inspiriert, außerhalb der normalen Schubladen zu denken. Er hat mich inspiriert, die Violine neu zu erfinden. Und er sieht sehr gut aus. Eines hat Lindsay mit David gemeinsam. Sie ist Single. Eines Tages möchte sie aber eine Familie und Kinder haben. Ich mag Männer, die Humor haben. Jemand, der mich zum Lachen bringt, kann auch mein Herz erobern. Nun müssten sich David und Lindsay vielleicht noch über den Weg laufen. Das wäre wohl ein echtes Traumpaar. Vorerst feiert Lindsay mit ihrem neuen Album Shatter Me Erfolge und tourt durch die Welt. Mal sehen, was die Zukunft ihr bringt.